Nachdenkseiten Die kritische Website Nach Netanjahu-Aussage From the River to the Sea-Slogan auch bei pro-israelischen Demos verboten? Von Florian Warwick Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte Anfang November 2023 die Parole Vom Fluss bis zum Meer, auf Deutsch oder in anderen Sprachen, offiziell verbieten lassen Bei Verstoß drohen Geldstrafen und Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren Am 18. Januar hatte der israelische Premier Benjamin Netanjahu diese Parole genutzt und erklärt In Zukunft muss Israel das gesamte Gebiet vom Fluss bis zum Meer kontrollieren Vor diesem Hintergrund kam in der Bundespressekonferenz am 24. Januar die Frage auf Ob das Verbot auch greift, wenn damit auf einer Demo in Deutschland die Existenz eines palästinensischen Staates negiert wird Die Antwort der Sprecher vom Innen- und Justizministerium zeugen von der ganzen Widersprüchlichkeit dieses Verbots Nach den O-Tönen Informationen zum Hintergrund Ja, ich habe nochmal eine Verständnisfrage an Herrn Karl Also habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Verbotsverordnung von Frau Faeser im November 2023 Da hieß es ja nur, vom Fluss bis zum Meer auf Deutsch oder anderen Sprachen sei verboten Und dies richtet sich aber wirklich nur ausschließlich, wenn dieser Slogan in dieser Formulierung Bei einer Demonstration, sagen wir mal in einem pro-palästinensischen Kontext fällt Wenn dies Ganze in einem Kontext, sagen wir mal in einer pro-israelischen Demo fällt Und aber die palästinensische Staatlichkeit hinterfragt oder negiert Ist das in keiner Form strafbewehrt bisher Habe ich Sie da so richtig verstanden? Also ich habe es ja erklärt, das ist Teil der Verbotsverfügung gegen die Hamas Insofern ist es als eine Aussage der Hamas, von Hamas-Anhängern in Deutschland verboten Und als solches auch strafbewehrt und Strafrecht Das kann die Kollegin aus dem BMJ besser erklären Das ist immer eine Frage aller Einzelfallumstände, die natürlich gewertet werden Ich weiß, das Thema hatten wir schon Aber der Slogan kommt ja ursprünglich eher aus dem linken Lager von der PLO in den 70er Jahren Das heißt, wenn ich als linker Palästinenser mich explizit von Hamas distanzierend diesen Slogan auf einer Demo formuliere Ist der nicht strafbewehrt? Das ist als Teil des Verbots der Hamas, als Aussage der Hamas strafbewehrt Auch wenn ich als politischer Hamas geht Jetzt habe ich es wirklich dreimal wahr Genau, das wiederholt sich So, jetzt noch eine letzte Frage Entschuldigung, pardon Ich kann eben auch nur gerne ergänzen, dass das natürlich immer ein Einzelfall ist, den das BMJ auch insofern nicht prüft Insgesamt haben wir hier auch schon mehrfach an dieser Stelle erläutert, dass unser Strafgesetzbuch im Moment, glaube ich, ganz gut aufgestellt ist Um solche Fälle, sollte das denn nötig sein, auch strafrechtlich zu überprüfen Und sollte sich in diesem Einzelfall oder in anderen Fällen Änderungsbedarf ergeben, dann werden wir das selbstverständlich prüfen Ja, das vielleicht So, eine letzte Frage von dem Kollegen von Anadolu Hintergrund Im Verlauf der letzten Wochen hatte der israelische Regierungschef mehrmals die Existenzberechtigung eines palästinensischen Staates und damit einer Zwei-Staaten-Lösung verneint Am 18. Januar erklärte er In Zukunft muss Israel das gesamte Gebiet vom Fluss bis zum Meer kontrollieren Nur zwei Tage später, am 18. Januar, nahm Netanyahu wieder Bezug auf das Thema und verkündete Ich werde keine Kompromisse eingehen, wenn es um die vollständige israelische Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans geht Und das ist unvereinbar mit einem palästinensischen Staat Wiederum einen Tag später, am 21. Januar, wiederholte der israelische Premier erneut, dass seine Regierung eine Zwei-Staaten-Lösung ausschließt und mit allen Mitteln verhindern wird Mein Beharren hat über die Jahre hinweg die Gründung eines palästinensischen Staates verhindert, der eine existenzielle Gefahr für Israel dargestellt hätte Solange ich Premierminister bin, werde ich weiterhin mit Nachdruck darauf bestehen Unterstützt wurde er dabei von fast allen Mitgliedern seines Kabinetts Beispielhaft sei auf den israelischen Kulturminister Miki Zohar Likud verwiesen, der ebenfalls am 20. Januar via ex-Twitter erklärte Ich sage allen, die immer noch am 6. Oktober festhalten, ganz klar Wir werden die Gründung eines palästinensischen Staates niemals zulassen Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gwir, jüdische Macht, verkündete am selben Tag Ich bin gegen einen palästinensischen Staat, immer Ähnlich auch die Äußerung von Orit Strock, Ministerin für nationale Missionen, religiös-zionistische Partei Ein palästinensischer Staat? Niemals! Nach 30 Jahren ist Israel von dieser gefährlichen Idee schmerzlich desillusioniert worden Die Ära Oslo wird nicht wiederkehren, vor allem damit jüdisches Blut nicht billig ist Diese Äußerungen sind nicht neu und kursieren nicht erst seit den Ereignissen vom 6. Oktober 2023 Netanyahu und seine regierende Likud-Partei hatten von Beginn an ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, was zwischen dem Fluss und dem Meer liegen sollte Im Parteiprogramm des Likud von 1977 wird unter der Überschrift Das Recht des jüdischen Volkes auf das Land Israel erretzt Israel unmissverständlich festgehalten, dass es zwischen dem Meer und dem Jordan nur israelische Souveränität geben wird Die westlichen Unterstützer Israels wussten also ebenso, dass die Likud-Partei seit Mitte der 1990er Jahre Fast ununterbrochen an der Macht von einem kurzen Intermezzo zwischen 2005 und 2009 abgesehen Keinerlei Interesse an der Umsetzung einer Zweistaatenlösung hat Wenn hier jemand die Existenzberechtigung eines Staates nachhaltig infrage stellt Dann sind das nicht pro-palästinensische Demonstranten, die auf einer Demo in Berlin einen ursprünglich aus den 1960er Jahren von der PLO stammenden Slogan From the river to the sea, Palestine will be free skandieren, sondern vielmehr die führende Regierungspartei Israels Und diese tut das auch nicht nur verbal, sondern mit allen ihr zur Verfügung stehenden diplomatischen, militärischen, geheimdienstlichen und wirtschaftlichen Mitteln Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte